Okay, das war schon mal nicht schlecht. Komm, heil dich! Heil dich! Okay, okay, okay. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Okay, okay, okay. Schnell, 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 schnell. Oh, das war gut. Warum liebst du noch? Nein! Fuck! Ich hoffe, da war ein Zwischenspeicher zwischendurch mal. Ich denke nicht ans Quick Save, das ist mein Problem. Das war bei Exodus noch ein bisschen besser, weil man nach einem Schlag tot war. Da war mal nur einiges vorsichtiger. Ach komm, da war bestimmt ein Zwischenspeicher, ne? So da oben vielleicht, hm? Spiel? Ja, tatsächlich. Habe ich denn selbst gemacht? Nee, oder? Das glaube ich nicht. So cool bin ich dann doch nicht. Halt die Fresse. Was ist eigentlich, ähm... Ich schätze mal, das mit dem Bulamiten wird wahrscheinlich ein bisschen länger halten. Wenn ich die mit dem Bulamiten direkt einfange, dich einmal so zack, dich einmal zack und dich einmal... Zack. Scheiße! Ja, kacke. Ich habe nicht gedacht, dass das zwei waren. Shit the fork! Hm, dann mache ich das dann am besten. Also, aufs Maulhorn kann ich auf jeden Fall nicht. Das ist leider Fakt. Oh, hier sind Kamikaze-Penner. Ich hasse Kamikaze-Einheiten in den Spielen. Oh! Die ziehen immer so viel ab! Wo hast du denn noch, wo sie immer Leute in die Luft gesprengt haben? Army of Trove jeden Fall, das weiß ich noch. Bei Warhammer? Ich überlege gerade ernsthaft. So. Ach, ihr seid doch, ihr seid doch langsam echt total belämmernd, ne? Kann das sein, ihr Schweine? Oh. Ich meine, Kamikaze ist eine Sache, aber dann noch andere Opfern, also. Ja, jetzt habe ich wieder einen umgebracht. Ey, das gibt so wenig Kohle, diese scheiß Mission, ne? Mann! Völlig unbefriedigend. Ernsthaft. Ah, Mann, 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 Mann. So viel, so viel echt durch die Lappen gehen lassen. Ich glaube, jetzt bin ich mittlerweile schon fast bei 200. Wenn nicht noch mehr. Oh! Kacke! Das ist natürlich der einfachere Weg, aber das will ich ja auch nicht. Oh, was ist das denn? Ist das nur eine Antenne, oder was ist das? Ach, das ist ein Lautsprecher. Ach so. So, lad mal den Stunk nach. Boah, ich will nichts mehr mit Explosionen haben. die gehen wir auf den Sack. Echt. Okay, wir sind glaube ich da, wo wir hinwollen. Okay, Oh, ist das etwa schon die Schwachstelle gewesen? Was macht der? Ähm. Was passiert? Ah, verdammt. Uäh. Okay, der ist auf jeden Fall nur auf dem Rücken. Verletz. Nicht. Okay. Also, ich habe es so weit glaube ich schon verstanden. Moment. Äh, dann nehmen wir mal noch die mit dabei. Okay, Moment. Wie schnell lädt er sich denn auf? Nicht allzu schnell, das ist gut. Okay. Okay. Also, wenn er nicht allzu lange, äh, oder allzu schnell sich wieder regeneriert, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Wo ist er denn? Zu doof, oder was? Er will sich, er will mich nicht gar nicht mehr haben. Ja, scheiße. Ich habe gehofft, du bist ein bisschen dummer, dümmer, du Arsch. Ja, vielleicht bist du auch dumm. Ja. Also, man kann es treffen, wenn man gut ist. Bin ich jetzt aber nicht so. Okay. Okay. Ah, shit. Ja. 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 Wie backen die, äh, Entglinger bei mir immer rum. Okay. Du Arschloch. Bleib schön liegen. Jawoll. Das war ja mal mehr als gediegen. Die Jail-Time für Freely. Yeah, piece of cake. Du musst immer an Duke Nukem denken, echt. Ja, sauber. Ja, das wäre wie ein Kinderspiel. Rutsch mit dem Buckel, oder? Also grundsätzlich von der Idee her eigentlich auch ganz cool, aber ich glaube auch unter, oh, das sieht ja geil aus. Unter normalen Umständen wäre der wahrscheinlich auch nicht allzu schwierig gewesen, der Endgegner. Zumindest behaupte ich das einfach mal. Haben wir hier noch so ein paar von den lustigen Käferchens? Das fände ich ganz toll. Ja, das sind nur Fledermäuse. Scheiße. Ich will, aber Käferchens, bitte. Muss immer nur ein verkacktes Nest sein. Ich bitte euch. Also ich mag, ich mag den, den Ort hier. Da sind die Objekte der Begierde. Also bisher auf jeden Fall die nützlichsten Waffen. Die Fledermäuse ist auch alles andere als schlecht. Am jetzt 23? Hab ich das richtig gesehen? Äh, wo sind sie denn? Ne, okay. Also wirklich die, ich finde das sind bisher die besten Waffen. Ähm, Fledermäuse sind auch sehr geil, weil die ja sehr viel Schaden machen. Nur haben die halt viel Verzögerung. Und Rutschpartie! Ist das gleich springen? Ja, tatsächlich. Ist noch so ein bisschen Geld hier? Ah, ich finde das echt ärgerlich, weil das war wirklich keine allzu erfolgreiche Mission, was Geld angeht. Also, vielleicht, weiß ich nicht, 1500 sein oder was. Obwohl da bestimmt 1800 oder so drin waren. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Oh mein Gott, was soll's. Immerhin haben wir den Big Boss lebend gefangen. Aber wie gesagt, ich glaube auch ohne den Bug hätte ich das relativ gut durchbekommen. Oder vielleicht sollte das einfach nicht so sein, dass man von oben abschießen konnte, sondern man musste runterkommen, damit der quasi an einem vorbeiläuft. So ein bisschen, ein bisschen, äh, stiermäßig. Und den dann am Rücken schießen. Ah, ich hab's mir halt leicht gemacht. Oh! Und nochmal 50 mehr. Ja, sauber. Wenn wir Glück haben, bekommen wir jetzt schon mal die 10.000. Das wär ja schon mal was, ne? Irgendwie das halbe Leben müsste dann die Trophäe heißen, wenn's dann so eine gibt. Ja, okay, ich glaub, jetzt können wir wieder einmal schön hier nochmal. Nervigste Stelle hier in dieser Stadt find ich einfach jetzt gleich dieser Korridor, dem man einfach runterrennen muss, stur. Ah, mein Gott. Ah, die mitnächstes. Ja, komm, dann... Oder was sieht ihr? Ah, ja, geh zurück zu der Bounty-Store und cash-in-Elbos. Ja, aber ich muss hier doch durch, oder nicht? Äh? Möchten wir bitte einmal... Alter! Muss ich von hier ansprechen? Ja, okay. Natürlich. Aua. Das war mein Kopf. Okay, ab zum... Na, wir gehen erstmal shoppen. Wir haben zwar keine 10.000, aber mein Gott. Was soll's? Was soll's? Also die Munition will ich mir eigentlich nicht holen, weil ich will ja lieber ein Upgrade haben. Ich kaufe doch keine scheiß Munition. Ich gebe dafür nicht meine Kohle aus. Zeig mal, was der Hass. Okay, jetzt haben wir den... Was ist das? Brüllhörnchen Upgrade. Dieses AB-Hörnchen mit diesen... Was? Handlichen Tierchen kannst du mehrere böse Jungs auf einer Stelle, blablabla, okay. Okay, das haben wir noch nicht Upgrade. Was ist das? Clip-Erweiterung für Stechbienen. Ja, komm. Einfach, weil wir es haben. Und das war's. T-Shirt, um zu checken mein Inventor später. Ja, 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 ist okay, ist okay. Ah, ich weiß mal früher, wenn ich die Munition eh holen, aber, äh, will ich jetzt noch nicht machen. Wo war diese Bounty Store? Da war die Bounty Store. Ich bin mal gespannt auf die Abrechnung. Ich glaube, er sollte seinen letzten Namen nicht so frei sein. Ja, fress, gib mir meine Kohle. Und, jo, Taus für Fuhle hab ich gar nicht mal so schlecht geschätzt. Fetty McBoom Boom, ah, schon wieder Boom Boom, äh, Fetty schmiert die ganze Stadt, weshalb du Probleme haben wirst, sein Versteck zu finden. Nimm dich auch vor seine Wrestling-Kunst. Achso, da waren wir noch gar nicht. Ich dachte, wir wären da schon gewesen. Okay. Gut, nehmen wir den halt. Wenn du nachfassst, Fetty McBoom Boom, musst du mit uns Sky-Card Joe. Er riecht ein Sky-Card, ich kann dich auf den McBoom Boom, Lair. Wollt ihr, der Jolle? Was ist denn, das ist eine Jolle? Der verstehe ich nicht. Ah, komm lau, immer die Kollegen her. Hallo! Hey, ja, du hast die Sky-Card Joe gesehen, ich bin der Jolle. Schau mal, die Mord, die die Beste und die Kante gehen. Hm. Okay. Sky-Card. Luftjolle. Was ist denn eine Luftjolle? Habe ich ja noch nie gehört. Entschuldigung. Aber ich habe, irgendwo habe ich mal so ein Ding, glaube ich, gestern gesehen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo das war. Aber ich glaube, ich kann einfach mal in den Himmel gucken und irgendwann will ich es finden. What the hell? Was ist eigentlich mit dir los? Es ist auch ein bisschen weg. Ach, du bist der. Ich höre, ich höre dir. Run the Sky-Card in. Hör, pisse auf, poor boy. Ich habe bessere Dinge, zu tun, als mit Strangeren zu sprechen. Also, hast du, äh, hast du gehört, was die fünf Finger gesagt zu dem Gesicht? Äh, was? Ich finde das lustig, dass der Typ erstmal in der Frau stand und zum anderen hat er nicht gesagt, in Unterhose und Hemd. Das, das war jetzt für mich jetzt, äh, oh, Entschuldigung. Pardon. Alter. Da habe ich so einen Lärm. Komm, machen wir nochmal. Bombs. Alles kaputt machen. Wurde gesagt, ich soll wirklich mal genau in die Mülltonne, glaube ich, gucken, wenn ich das kaputt mache oder in eine andere Kiste. Weil mich interessiert dieses, dieses schwarze Ding. Ich weiß nicht, was das ist, was da immer aus dem Müll rausfliegt. So, okay, aber wo waren jetzt hier diese verdammten Sky-Cars? Hier war nur der, der, der Harfen? Äh. Wie komme ich denn dahin? Da muss ich mir auch mal jemanden jagen. Oder hat das was mit den Bounty Store, Port Authority, Out of Town, General Store? Äh, Sky-Cars! Ja, okay, wir sind da schon mal ganz richtig. Äh, muss ich mit dir reden, oder? Ist schon offen. Alles gut. Aber Luftjolle, was ist das denn für eine Übersetzung? Ist irgendwie Schwebebahn genannt und nicht irgendwie Luftjolle. Und vielleicht dann irgendwo was, äh, geläufiges in bestimmten breitengraden. Ich würde, ich gäbe mal so ein, also ich, das klingt jetzt doof, wenn ich das sage, ich würde gerne. Aber mich würde mal interessieren, was passiert. Das klingt schon fast wissenschaftlich. Ich mag die Blume. Hallo. Ähm, was passiert, wenn ich so ein Hühnchen töte? Hallo! So, okay, das sieht doch schon mal nach, äh, Strommast aus, zumindest. Aha! Ah, 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 ah! Okay! Ist hier noch was? Nope! Okay! Was geht? Na, warte! Na, hier ist nichts mehr, okay. Du musst das Sky-Cars für mich fahren. Ja, ja, einfach auf! Ich hoffe, sie werden deinen Arsch. Na gut. Ich will die abschießen. Ne, mach ich nicht. Ich bin ja lieb. Okay. Gibt ja manche Spiele, dann springt man quasi mit dem, mit dem, mit der Bewegung mit. Oh, da unten ist Geld. Da unten ist Geld. Das sehe ich doch. Nein! Muss ich mir merken, werde ich eh nicht tun. So, ich habe keine Geduld für sowas. zu alt für den Scheiß. Oh mein Gott. Okay, warte. Äh, hö, 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 hö. Hier ist nichts! Hallo? Kann nicht sein! Kann ich sogar auf den Balken hier springen? Kann ich nicht, ne. Weil ich zu doof bin. Okay, ich muss was kaputt machen. Ich glaube es ja nicht. Ah, die kann man kaputt machen, ne? Ja, ja. Ist nur nichts drin. Schade. So viele Räume, die nichts bringen! Das bringt mich wiederum zu Weißglut! Ja, okay, so schlimm ist es nicht, aber... Äh... Geh noch weiter hoch, meine Fresse. Ey, muss ich hier drin kämpfen? Ich weiß, es war alles so schön rostig und so gefällt mir. Was ist denn das? Eine Spinde? Mhm. Viel auf jeden Fall. Sieht echt so aus wie so eine, wie so eine Bahn, äh, Arbeitsanlage oder so. So eine, so eine alte, schöne Bahnhalle. Okay, dann kommen wir direkt in den Stollen. Hier wird bestimmt Gold abgebaut. Oh, diese grünen Steinchen vielleicht. Ja, wie da oben zum... Ne, doch nicht, schade. Oh, es ist einfach nur ein Stollen, der einfach nur einen Weg bahnt.